Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es darum gehen, wie ich feststelle, ob meine Strategie für mich noch funktioniert. Oftmals hat man mehrere Verlierer-Trades hintereinander und denkt, okay, die Strategie funktioniert nicht mehr. Das ist aber ein falscher Ansatzpunkt und in diesem Video zeige ich dir genau, wie du festmachen kannst, ob deine Strategie noch funktioniert oder eben nicht. Viel Spaß dabei! Also heute wollen wir uns damit beschäftigen, wann eine Strategie nicht mehr funktioniert. Vielleicht eine relativ einfache Frage, aber ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, ist sie nicht so einfach zu beantworten, wie man vielleicht denkt. Wir machen das Ganze einfach mal anhand eines Beispiels. Wir haben einen Verlierer-Trade, alles soweit gut, aber danach sofort wieder einen Verlierer-Trade, noch einen Verlierer-Trade und noch einen Verlierer-Trade. Das sind jetzt vier Trades nacheinander, oftmals sind es aber noch mehr. Und man fängt an, an sich selbst, an seinen Fähigkeiten oder aber an der Strategie zu zweifeln. Und da stellt sich mir und wahrscheinlich auch vielen Anfängern die Frage, wann funktioniert meine Strategie nicht mehr. Es ist zu einfach zu sagen, okay, ich hatte jetzt fünf Verlierer-Trades, ich glaube, die Strategie funktioniert nicht mehr. So kann man da nicht rangehen, sondern man muss da wirklich separieren und das Ganze analysieren. Und das werden wir jetzt mal gemeinsam machen. Also, die erste Maßnahme, wenn man das Gefühl hat, okay, irgendwas funktioniert da nicht mehr richtig, das waren jetzt sehr viele Verlierer-Trades nacheinander. Die erste Maßnahme ist, sich seine Backtesting-Ergebnisse rauszukramen und das Ganze mit seinen Trading-Ergebnissen zu vergleichen. Falls du deine Strategie nicht gebacktestet haben solltest, dann ist das der erste Punkt, den du jetzt nachholen solltest. Klar kannst du sagen, okay, ich habe hier eine Idee gehabt, ich trade das jetzt schon seit ein, zwei Monaten und es funktioniert super. Aber das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen eine Strategie, die über eine lange Zeit profitabel ist. Und das bekommen wir nur heraus, wenn wir das Ganze backtesten, da auch über einen langen Zeitraum das Ganze testen und dann eben sagen können, okay, meine Strategie hätte in den letzten drei Jahren super funktioniert. Natürlich ist das keine Garantie für die Zukunft, aber schon mal ein sehr guter Ausgangspunkt. Und da einfach blauäugig reinzugehen und zu sagen, okay, meine Idee trade ich jetzt einfach mal und das hat jetzt bisher auch ganz gut funktioniert, das ist die falsche Herangehensweise. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass du deine Strategie gebacktestet hast. Im Optimalfall mindestens 100 Trades. Das heißt, wir schauen uns an, wie waren die Backtesting-Ergebnisse. Hier sind wichtige Parameter der maximale Drawdown und die maximalen Verlierer nacheinander. Das heißt, wir schauen, wie viele Verlierer-Trades hatten wir im Backtesting maximal nacheinander. Sagen wir einfach mal 10 Trades hintereinander. Dann solltest du natürlich auch dein Risiko definiert haben fürs Live-Trading und dadurch natürlich auch deinen maximalen Drawdown, den du erreichen möchtest. Falls du das Ganze noch nicht gemacht hast, hier oben einmal ein Video für dich, das ich dir verlinken werde. Da erfährst du, wie du deinen maximalen Drawdown und dein Risiko definieren kannst. Aber im Optimalfall hast du das schon getan. Das heißt, du weißt auch, wie dein maximaler Drawdown aussehen sollte aufgrund deiner Backtesting-Ergebnisse. Wir sagen einfach mal 10%. Das Ganze ist einfach zu rechnen. Das ist jetzt hier keine Empfehlung oder sonst was. Einfach nur mal ein Beispiel. 10 Verlierer-Trades nacheinander, maximal 10% Drawdown. Und jetzt schaue ich mir an, was gerade passiert. Das heißt, wie viele Verlierer-Trades hatte ich gerade hintereinander? Oder wie viel Drawdown habe ich gerade in meinem Trading-Konto? Und wenn ich dann sagen kann, okay, das Backtesting-Ergebnis ist gleich dem aktuellen Ergebnis, beziehungsweise das aktuelle, das Trading-Ergebnis, sieht noch besser aus als das Backtesting-Ergebnis, dann ist alles gut. Follow your plan. Mach so weiter. Denn das ist die Strategie, die du getestet hast, mit den Verlierer-Trades nacheinander. Und solange du nicht darüber kommst, ist alles in Ordnung. Wichtig ist noch zu sagen, natürlich kann ich jetzt sagen, im Backtesting hatte ich 10 Verlierer-Trades. Da solltest du natürlich immer so ein bisschen Polster drauf rechnen. Das heißt, wir sagen einfach mal, im Backtesting waren es effektiv 8 Verlierer-Trades und wir gehen auf 10 Verlierer-Trades als Puffer. Anders sieht es aus, wenn das Backtesting-Ergebnis, beziehungsweise das aktuelle Ergebnis, stark abweicht von deinem Backtesting-Ergebnis. Wenn du jetzt zum Beispiel schon 12 Verlierer-Trades nacheinander hattest. Das ist schon recht hart, 12 Verlierer-Trades nacheinander. Emotional vor allen Dingen auch schwierig, da einen klaren Kopf zu behalten und weiter zu traden. Aber wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Im Optimalfall hast du eine Strategie im Backtesting getestet, die vielleicht nur 4 oder 5 Verlierer-Trades nacheinander hatte. Und selbst das reicht schon, um dich da emotional so ein bisschen aus der Bahn zu werfen. Aber sobald du da wirklich drüber rutscht, oder eben über deinen maximalen Drawdown drüber rutscht, dann solltest du natürlich erstmal aufhören zu traden, weil du deinen maximalen Drawdown definiert hast. Da solltest du nicht drunter kommen. Und dann vor allen Dingen erstmal analysieren, wovon das Ganze kommt. So, wo dran kann das jetzt liegen? Möglichkeit 1 ist, es liegt an deiner Strategie. Möglichkeit 2 wäre dann, es liegt an dir. So, was heißt das jetzt? Es liegt an deiner Strategie, heißt, du hältst dich zu 100% an deinen Regeln, so wie du sie definiert hast, aber die Verlierer-Trades kommen eben doch. Im Hinterkopf haben wir immer, wir weichen ab vom Backtesting-Ergebnis. Wenn du dich noch innerhalb deines Backtesting-Ergebnisses bewegst, dann ist das hier irrelevant. Dann, wie gesagt, follow your plan. Das ist jetzt nur für die Situation, dass du eben von diesen Ergebnissen abweichst. So, du hältst dich zu 100% an deinen Regeln, verlierst aber eben trotzdem. Das könnte bedeuten, dass deine Strategie eventuell nicht mehr funktioniert. Was du dagegen tun kannst, sehen wir im nächsten Schritt. Wenn es an dir liegt, dann hältst du dich eben nicht zu 100% an deine Regeln, sondern du weichst in irgendeiner Form davon ab. Das heißt, du steigst ein, obwohl du es vielleicht nicht darfst, du hältst die Trades zu lange, du gehst zu früh raus. Das alles Möglichkeiten. Was heißt das für dich? Du solltest an dir und deinen Emotionen arbeiten. Wie das genau aussieht, schauen wir uns jetzt an. Also, links die Möglichkeit, es liegt an deiner Strategie. Als erstes kannst du mal die Marktbedingungen vergleichen mit dem Backtesting-Zeitraum. Vielleicht liegt dieser Backtesting-Zeitraum genau in einer Trend-Phase. Gerade befinden wir uns vielleicht in einer Seitwärtsphase. Das könnte schon die Lösung dafür sein. Und wenn du sowas rausfindest, dann musst du deine Strategie eben anpassen, sodass du noch eine Regel hinzufügst, dass du es nur im Trend traden darfst. Oder eben, du suchst dir abweichende Regeln für Seitwärtsphasen. Weniger Risiko zum Beispiel. Andere Ziele. Das alles Möglichkeiten. Und hier steht es dann nochmal, eben Regeln überarbeiten, sodass das Ganze eben an aktuelle Marktbedingungen angepasst ist. Wenn das Ganze an dir liegt, dann solltest du als allererstes mal das Risiko minimieren. Und zweiter Schritt wäre das Ganze dann nochmal im Demo-Trading zu üben, um da wirklich in deine Strategie reinzukommen und da nicht mehr von deinen Regeln abzuweichen. Natürlich ist Demo-Trading emotional was ganz anderes, aber der erste Schritt ist eben wieder Vertrauen in deine Strategie zu bekommen. Ja, dass du weißt, okay, ich weiß, die funktioniert. Ich weiß, wenn ich mich an meine Regeln halte, werde ich belohnt. Und da ist eben Risiko minimieren und oder Demo-Trading der erste Schritt. Außerdem könntest du das Ganze nochmal backtesten, damit du einfach nochmal Vertrauen schaffst und schwarz auf weiß siehst, okay, mit dieser Strategie habe ich Erfolg, aber eben nur, wenn ich mich an meine Regeln halte. Und das Ganze erreichst du eben nochmal mit dem Backtesting. Wenn du schon gebacktestet hast, dann mach das Ganze vielleicht nochmal weiter zurück. Wenn du jetzt ein Jahr gebacktestet hast, dann häng nochmal ein Jahr vorne dran oder zwei, um da wirklich noch mehr Ergebnisse zu bekommen und eben noch mehr Vertrauen. Das sind so die Anzeichen für eine Strategie, wenn sie nicht mehr funktionieren. Und das sind vor allem die Lösungsansätze. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen. Falls du Fragen hast, kannst du immer gerne unten in die Kommentare schreiben. Oh, du bist ja immer noch da. Das sagt mir, dass dir das Video gefallen hat. Also, like das Video, abonnier uns und schau weiterhin ganz, ganz viele Videos von uns.